Hallo, willkommen zu meiner Vorlesung über die Morphologie des Deutschen. Das ist eine neue Auflage von älteren Vorlesungen, die Sie auch noch sehen können auf YouTube. Das ist jetzt aufgeteilt worden in Morphologie und Syntax und dann vielleicht noch andere Themen. Ein kleiner Überblick, wie immer, vorweg. Wir reden, wie gesagt, zuerst über Grammatik. Und zwar die Frage, was ist überhaupt Grammatik und was ist der Begriff der Grammatikalität? Was sagt der uns? Das hängt ja offensichtlich zusammen. Dann geht es ganz kurz um Häufigkeiten und die Frage, was ist eigentlich ein typisches grammatisches Muster, ein typisches Wort, eine typische Flexion für Verben zum Beispiel. Und dann müssen wir ganz kurz über Sprachrichtigkeit reden. Also was ist richtiges Deutsch und kann man das überhaupt sagen? Dann geht es um Grammatik im Lehramtsstudium. Ich beginne damit, dass ich erstmal ganz kurz versuche zu sagen, warum wir überhaupt Deutschunterricht haben an Schulen. Könnte man ja auch überlegen, ob man das überhaupt braucht. Und dann geht es um Bildungssprache und die Funktion von Sprachbetrachtung beim Erwerb von Bildungssprache. Und dann fasse ich nochmal zusammen, was eigentlich die Aufgaben von Lehrpersonen im Fach Deutsch sind und warum man dafür Grammatik braucht. Aber erstmal geht es um Grammatik. Sie können, und ich unterstelle jetzt ein bisschen, dass Sie alle Erstsprecher des Deutschen sind, ansonsten gilt das für Ihre Erstsprache mit entsprechenden Sätzen in der Erstsprache, Sätze als Deutsch oder Nichtdeutsch erkennen. Ich zeige Ihnen einfach ein paar. Dies ist ein Satz. Ja, da kann man sagen, problemlos können wir erkennen, wahrscheinlich alle, auch wenn wir nicht Erstsprache sind, weil auch die, die zweitsprachlich Deutsch sprechen, wahrscheinlich das sehr gut tun. Das ist ein Satz des Deutschen. Die Wörter sind Deutsch, der Satz ist Deutsch. Satz dies ein ist. Das heißt, die Wörter sind Deutsch, der Satz in dieser Form zusammengesetzt ist eben kein Satz. Kno kna knu Punkt ist noch wieder was anderes. Die Wörter kenne ich nicht, die kennen Sie wahrscheinlich auch nicht, zumindest nicht als Wörter des Deutschen. Und ist auch kein Satz. This is a sentence ist jetzt zwar ein Satz, aber ein englischer Satz. Das heißt, relativ zur Grammatik des Deutschen ist das kein Satz. Keine deutschen Wörter, Sie kennen die Wörter zwar und Sie können auch diesen Satz interpretieren, aber eben nicht als Deutsch, sondern als Englisch. Das ist jetzt so ein Spezialfall Nummer 5 hier. Da fehlt nämlich der Punkt am Ende. Was heißt das? Ja gut, das heißt, dass es im Geschriebenen doch kein Satz ist, obwohl an sich, wenn wir das so vorlesen, dies ist ein Satz, ist das das gleiche wie hier in 1. Und der Unterschied ergibt sich eben nur in der grafematischen Ebene, wenn der Punkt fehlt, dann ist es irgendwie kein Satz. Er ist jedenfalls kein vollständiger Satz. Das ist eine ganz interessante Eigenschaft von Ihnen und von Sprache, dass Sie das so können. Das ist nicht trivial, das ist eigentlich der Knackpunkt, dass Sie nämlich Sätze als Deutsch ohne nachzudenken erkennen und sofort die Bedeutung entschlüsseln können. Und das hängt mit dem Kompositionalitätsprinzip zusammen. Ich illustriere das nochmal mit ein paar anderen Sätzen. Das ist ein Knack. Okay, Sie wissen nicht, was ein Knack ist. Ich auch nicht. Wenn aber irgendjemand diesen Satz sagt und auf einen Gegenstand zeigt, dann wissen Sie in dem Moment, was ein Knack sein soll. Nämlich das, worauf diese Person zeigt. Sie kennen zwar das Wort nicht, aber Sie verstehen trotzdem den Satz. Der Satz kann sogar dafür benutzt werden, Sie über Sprache, über das Deutsche zu informieren. Sie kennen das Wort noch nicht. Hinterher wissen Sie, was es bedeutet, wenn jemand auf einen entsprechenden Gegenstand zeigt. Die Sätze in 7 und 8 hier sind anders. Jede Farbe ist ein Kurzwellenradio. Naja, das ergibt keinen Sinn, würde man so landläufig sagen. Weil Farben und Kurzwellenradios so nicht zusammengehören, wie dieser Satz suggeriert. Und der dichte Tank leckt, leckt im Sinne von hat eine Undichtigkeit. Das ist einfach widersprüchlich. Entweder ist er dicht oder er ist undicht. Gut, das ist ein bisschen ein anderer Fall. Sie können auch bei diesen Sätzen entschlüsseln, was die Bedeutung sein soll. Und wenn Sie das getan haben, stellen Sie fest, nee, das kann nicht sein. Die Bedeutung ist Ihnen zwar klar, aber Sie wissen dann in dem Moment, die Welt ist nicht so, wie diese Sätze tun. Das hängt damit zusammen, dass Sprache kompositional ist. Das Kompositionalitäts- oder Fregeprinzip, benannt nach dem Philosophen, der es als erster in dieser Form beschrieben hat, sagt, dass die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, also zum Beispiel von solchen Sätzen hier, sich aus der Bedeutung der einzelnen Wörter ergibt. Das ist ein Kneck und so weiter. Und der Art ihrer Zusammensetzung. Wenn Sie also haben, ist das ein Kneck? Das sind zwar dieselben Wörter, sind aber anders zusammengesetzt. Der Satz hat eine andere Funktion und eine andere Bedeutung. Ja, und das nennt man Kompositionalität, dass Sprache sich so verhält. Und das ist, wenn Sie sich mal überlegen, was wir so tun, ohne dass wir intellektuell, kulturell geprägte Systeme entwickelt haben, wie Mathematik oder Programmiersprachen, dann gibt es eigentlich außer Sprache kaum so etwas, was wir schon vorkulturell eigentlich benutzt haben. Sprachen haben offensichtlich, wenn das so ist, eine Grammatik. Das heißt, die folgen bestimmten Regularitäten. Eine Grammatik ist ein System von Regularitäten, nach denen aus einfachen Einheiten, also zum Beispiel Wörtern, komplexe Einheiten, also zum Beispiel Sätze, gebildet werden. So sind die Regeln. Deswegen ist dies Satz ein ist eben dann kein Deutsch und dies ist ein Satz ist Deutsch. Grammatikalität ist dann die Eigenschaft, korrekt zu sein, relativ zu einer gegebenen Grammatik. Also jede von einer bestimmten Grammatik, beschriebene Symbolfolge, ist grammatisch relativ zu dieser Grammatik. Alle anderen sind ungrammatisch. Das heißt, hier werden Sätze, Strukturen allgemein in zwei Lager eingeteilt, grammatisch und ungrammatisch und die Grammatischen entsprechen der Grammatik. Dafür müssen wir die Grammatik aber erstmal haben. Dafür müssen wir die Grammatik irgendwo definiert haben, egal wie, ob nun im Gehirn, in einem Computer, in einem Buch, in einer Vorlesung, kann ja auch sein, dann können wir entscheiden, ob Sätze relativ dazu grammatisch sind. Das, was wir als Menschen tun, wenn wir Sätze beurteilen, ob sie nun deutsch sind oder nicht, ist offensichtlich ein bisschen komplizierter. Und vielleicht auch komplexer. Ich zeige Ihnen ein paar Sätze, die das vielleicht illustrieren. Das sind jetzt mehrere Sätze und Sie werden vielleicht bei einigen sagen, ja, das ist deutsch. Bei anderen sagen Sie, nee, das ist jetzt aber wirklich kein Deutsch mehr. Und bei anderen vielleicht, ich, wissen Sie es nicht. Schauen wir mal. Bäume wachsen werden hier so schnell nicht wieder. Touristen übernachten sollen dort schon im nächsten Sommer. Schweine sterben müssen hier nicht. Der letzte Zug vorbeigekommen ist hier 1957. Und Sie sehen schon, da steckt eine ganz bestimmte, relativ exotische Konstruktion des Deutschen drin, syntaktisch gesehen. Und die Sätze sind in unterschiedlichem Maß, ganz salopp gesprochen, komisch. Also vielleicht nicht mehr so richtig akzeptabel für Sie. Das Telefon geklingelt hat hier schon lange nicht mehr. Häuser gestanden haben hier schon immer. Ein Abstiegskandidat gewinnen konnte hier noch kein einziges Mal. Ein Außenseiter gewonnen hat hier erst letzte Woche. Jetzt wird es vielleicht schon sehr seltsam. Die Heimmannschaft zu gewinnen scheint dort fast jedes Mal. Ein Außenseiter gewonnen zu haben scheint hier noch nie. Ein Außenseiter zu gewinnen versucht hat dort schon oft. Und jetzt sind vielleicht schon viele von Ihnen, wir können ja leider jetzt nicht drüber sprechen, Sie können es ja mal in die Kommentare schreiben, wie Sie die Sätze so fanden. Jetzt sind einige vielleicht raus. Einige Außenseiter gewonnen haben dort schon im Laufe der Jahre. Sie haben wahrscheinlich bei diesen Sätzen einerseits unterschiedlich reagiert. Einige von Ihnen fanden Satz D vielleicht völlig okay. Andere fanden den schon richtig schlecht. Einige waren sich vielleicht nicht sicher. Was machen wir damit? Also scheinbar geht das, was wir tun, wenn wir Sätze beurteilen bei einfachen Sätzen, wie dies ist ein Satz, zwar ganz klar. Aber sobald die Sätze komplexer werden und vielleicht seltenere Konstruktionen drin sind, dann werden sie vielleicht inakzeptabel. Und wir wissen gar nicht mehr so richtig, ob sie jetzt grammatisch sind relativ zur Grammatik des Deutschen. Und was ist die überhaupt? Das führt uns zur Unterscheidung zwischen Grammatikalität und Inakzeptabilität beziehungsweise Akzeptabilität. Grammatisch sind Strukturen, die von einer Grammatik beschrieben werden. Wenn wir eine Grammatik einmal haben, dann ist das kein Problem. Ungrammatische Strukturen markieren wir mit diesem Sternchen. Das ist ganz wichtig. Merken Sie sich das für Ihr gesamtes Linguistikstudium. Akzeptabel hingegen sind Strukturen, die Menschen als ihre eigene Sprache akzeptieren, als ihre eigene, ihre eigenen Erstsprachen. Und das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, wie wir gerade gesehen haben. Mögliche Gründe für Abweichungen zwischen Akzeptabilität und vermuteter Grammatikalität. Es könnte einmal sein, dass die Grammatik, die wir im Kopf haben, dass die nicht unbedingt eindeutig kodiert ist. Also dass da Gewichte drin sind, die sagen, die Strukturen sind mir vertrauter, die sind mehr meine Grammatik als andere. Das wäre ein probabilistisches Grammatikmodell. Und natürlich müssen wir damit rechnen, dass wir Performance-Effekte haben. Das ist immer dann, wenn wir abgelenkt sind, wenn wir müde sind oder wenn Sätze so komplex werden, dass vielleicht einfach so die Verarbeitungskapazität unseres Gehirns nicht mehr ausreicht, um die Sätze zu verarbeiten. Und es kann natürlich sein, dass wir nicht alle dieselbe Grammatik im Kopf haben. Dass wir also unterschiedliche Sprache, unterschiedlichen Input in unserer sogenannten Erwerbskarriere gesehen haben und gehört haben und dass wir deswegen andere Grammatikstrukturen gelernt haben oder andere Gewichte an diesen Grammatikstrukturen. Das sind alles mögliche Gründe. Wir tun mal so in diesem Semester, in dieser Vorlesung, als gäbe es diese Probleme nicht in dem Maß. Wir beschäftigen uns mit Strukturen, die relativ eindeutig sind, sagen wir mal so. Wir beschäftigen uns nicht nur, aber gerade deswegen auch vor allem erstmal mit dem Kern. Und was ist der Kern? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Strukturen grammatisch und ungrammatisch sind. Sowohl der Kern als auch die Peripherie sind alles grammatische Strukturen. Aber sie haben einen unterschiedlichen Stellenwert bezüglich dessen, wie typisch sie sind für die Grammatik in unserem Fall des Deutschen. Manche grammatische Strukturen sind eben typischer als andere. Und die blauen sind hier jeweils typisch, in dem Fall typische Wörter. Und die orangen sind atypisch oder weniger typisch. Baum, Haus, Mathe, Döner, Angst, Öl, Kutsche. Das, behaupte ich, sind sehr typische Wörter des Deutschen. Im Gegensatz System, Kapuze, Bovist, Schlamassel, Marmelade, Melodie. Die in A sind alle einsilbig oder haben die Betonung, den sogenannten Akzent, auf der ersten Silbe. Die in B haben teilweise mehr als zwei Silben, also wie Schlamassel, Marmelade zum Beispiel, und haben alle den Akzent nicht auf der ersten Silbe. System, Kapuze, Sie sehen, die sind grundsätzlich verschieden, was ihre Silbenzahl und ihre Betonung angeht. Und jetzt zeigt es sich eben, dass die meisten Wörter des Deutschen so sind wie die in A. Und das hat nichts damit zu tun, ob das sogenannte Erbwörter sind. Denn Döner folgt zum Beispiel diesem Schema. Kutsche, das sind aber alles Wörter, die entlehnt wurden. Öl auch, Mathe auch. Und die sind trotzdem typische deutsche Wörter, was ihre Lautgestalt im Sinne von ihrer Silbenzahl und ihrer Betonung angeht. Bovist hingegen ist atypisch, obwohl es ein germanisches Wort ist. Das können wir jetzt fortsetzen in anderen Bereichen. Schauen wir mal in 11. Geht, läuft, lacht, schwimmt, liest und so weiter. Gegen kann, muss, will, darf, soll, mag. Und zwar nicht und so weiter, sondern nur diese sechs. Das in A sind normale sogenannte Vollverben und das in B sind Modalverben. Modalverben gibt es nur sechs Stück. Man kann schon quasi greifen, warum die atypisch sind. Sie verhalten sich aber eben auch anders. Das sehen Sie hier daran. Das sind ja alles dritte Personenpräsenzformen. Geht, läuft, lacht, schwimmt, liest, er, sie, es und so weiter. Da ist immer ein T. Bei den Modalverben fehlt das. Kann, muss, will, darf, soll. Da ist irgendwo ein T. Und das machen eigentlich nur die Modalverben und vielleicht noch ein anderes Verb. Denken Sie mal drüber nach. Deswegen ist das eine atypische Klasse. Die sind zwar sehr häufig, also die kommen sehr häufig vor. Es gibt aber nur diese sechs verschiedenen und die verhalten sich anders. Das können wir jetzt fortsetzen mit zwölf. Des Hundes, des Geistes, des Tisches, des Fußes sind Genitivformen von maskulinen Substantiven. Des Schweden, des Bären, des Prokuristen, des Phantasten. Das sind auch Genitivformen von maskulinen Substantiven. Die bilden den Genitiv aber anders. Die hier oben, die blauen, bilden den mit S. Und die hier unten, die orangen, bilden den mit N. Von denen mit N, also den Orangen, gibt es ca. 500. Von den blauen, die also ihren Genitiv mit S bilden, gibt es Tausende. Offensichtlich sind die sogenannten schwachen Maskuliner, das sind die, die hier in orange illustriert sind, atypisch. Es gibt einfach weniger davon. Sie sind seltener in dem Sinne, dass es weniger verschiedene von ihnen gibt. Womit wir es hier zu tun haben, ist eine hohe Typenhäufigkeit bei den typischen und eine niedrige Typenhäufigkeit bei den atypischen Wörtern. Bezüglich ihrer Betonung, bezüglich ihrer Flexion in 11a und b und bezüglich ihrer Flexion im nominalen Bereich bei 12a und b. Wir haben es eigentlich mit zwei verschiedenen Häufigkeiten zu tun, wenn wir genau überlegen. Nämlich mit der Typenhäufigkeit, und das ist genau das, was ich gerade illustriert habe, wie viele verschiedene Realisierungen, also Typen, sogenannte Typen einer Sorte von linguistischen Einheiten gibt es. Ich habe gesagt, es gibt nur sechs Modalverben und hunderte, tausende auf jeden Fall Vollverben, die ganz normal in Anführungsstrichen flektieren. Modalverben haben eine viel geringere Typenhäufigkeit. Und dagegen steht die Tokenhäufigkeit. Wie häufig sind gegebenenfalls identische Realisierungen, also die sogenannten Tokens einer Sorte linguistischer Einheiten. Damit ist gemeint, dass Modalverben, obwohl es nur sechs verschiedene gibt, natürlich relativ häufig vorkommen. Wir benutzen viel öfter Modalverben als z.B. Formen von Laufen oder Kaufen. Aber trotzdem gibt es nur sechs verschiedene. Die Tokenhäufigkeit und die Typenhäufigkeit sind grundlegend unterschiedlich. Und erst mal wichtig für die Frage, was ist ein typisches Muster des Deutschen, grammatisches Muster, ist die Typenhäufigkeit. Jetzt geht es ein bisschen um die Frage, nachdem ich das alles erklärt habe, was ist denn nun richtig und was ist falsch? Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Aussagen über das Deutsche, die eigentlich alle richtig sind, die stimmen alle. Nämlich Relativsätze und eingebettete W-Sätze werden nicht durch Komplementierer wie DAS eingeleitet. Ich zeige Ihnen gleich Sätze dazu. Fragen ist ein schwaches Verb. Stimmt. Zurückschrecken bildet das Perfekt mit dem Hilfsverb SEIN. Äh, ja. Im Aussagesatz steht vor dem finiten Verb genau ein Satzglied. Ja, ganz zentral. In Kausalsätzen mit WEIL steht das finite Verb an letzter Stelle. Weil, sonst wäre es kein Deutsch. Und jetzt eine Aussage für speziell Thüringen. Zwecks ist eine Präposition, die den Genitiv regiert und nur mit Ereignissubstantiven kombiniert werden kann. Da würde ich auch sagen, ja, das stimmt. Und jetzt gucken wir uns mal Sätze an, die diesen Aussagen zuwiderlaufen. Dann sieht man auf der ersten Seite, wer DAS kommt. Da fehlt übrigens ein Komma. Jetzt sagen Sie das wahrscheinlich die meisten von Ihnen nicht so, aber Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass man das in bestimmten süddeutschen Dialekten so sagt. Er frägt nach der Uhrzeit. Das sagt man auch in bestimmten Gegenden. Hm. Man habe zu jener Zeit nicht vormorden zurückgeschreckt. Man habe oder man sei. Hm. Der Universität zum Jubiläum gratulierte auch Bundesministerin Wilms. Dieser Satz kommt aus einer, aus der Taz, glaube ich. Der ist ein bisschen verkürzt hier, damit er auf die Folie passt, aber der ist aus der Taz. Ist ja eigentlich okay. Der widerspricht aber dem, was ich eben gesagt habe. Er ist noch im Büro, weil das Licht brennt noch. Ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, der Satz, oder? Ich schreibe Ihnen zwecks Platz im Seminar aus einer E-Mail an mich. Würde ich so nicht sagen, aber scheinbar sagen das Leute. Was ist das jetzt? Also womit haben wir es hier zu tun? Wir müssen unterscheiden zwischen Regularitäten. Und eine Regularität innerhalb eines Sprachsystems liegt immer dann vor, wenn sich Klassen von Symbolen, also zum Beispiel alle Modalverben, alle Verben, alle Substantive, unter vergleichbaren Bedingungen gleich und damit eben vorhersagbar verhalten. Wir wissen genau, wie die Vergangenheitsform von einem Modalverb gebildet wird und von Verben wie Laufen und Kaufen. Das ist eine Regularität, die dahinter steckt. Eine Regel ist die Beschreibung einer Regularität, die aber in einem normativen Kontext geäußert wird. Das kann man auch einfacher sagen, die Anspruch hat, zu definieren, was richtig und falsch ist. Eine Generalisierung ist eine grammatische Beschreibung, die durch eine Beobachtung zustande gekommen ist und sie beschreibt einfach eine Regularität. Und damit haben wir also zwei Dinge vor uns, nämlich Regeln und Generalisierungen. Regeln sind normativ, Generalisierungen sind letztlich Linguistik. Das heißt, wir suchen nach den Regularitäten in der Sprache, um sie in Generalisierungen zu beschreiben. Und dann kommen vielleicht Leute und sagen, na gut, ich wähle mir jetzt aus den Generalisierungen einige aus und nenne das die Regeln und definiere damit, was richtig und falsch ist. Wer darf das eigentlich? Darüber können wir mal diskutieren. Wir haben jetzt diese Begriffe im Raum und können uns jetzt fragen, was ist der Status dieser Aussagen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, wo ich Ihnen aber auch wirklich zu jedem dieser Fälle Ausnahmen gezeigt habe, die entweder in bestimmten Gegenden gesagt werden oder die manche eben anders sagen als andere. Was ist jetzt der Status dieser Aussagen? Sind die jetzt falsch? Naja, entweder sind es Generalisierungen über die Grammatik von Varietäten des Deutschen. Es gibt also offensichtlich nicht ein monolithisches Deutsch. Oder es sind normative Regeln, die dann die entsprechenden Sätze alle als falsch klassifizieren. Ich sage nicht, dass die Linguistik nicht auch mit der Norm etwas zu tun hat. Aber erstmal steht die Beschreibung im Vordergrund. Und dann kann die Norm kommen, denn Norm ist idealerweise auch eine Beschreibung. Nämlich eine Beschreibung des Grundkonsenses. Das heißt, wir nehmen das als Norm, was möglichst viele als ihre Sprache akzeptieren. Dann müssen wir damit leben, dass die Sprache und die Norm auch im Wandel sind. Zum Beispiel Fragen als starkes Verb finden viele grauenhaft heute. Wenn sie sagen, er frägt, dann sagen viele, das ist aber ganz grauenhaft. Okay, wenn sie das so sehen. Und wir haben die Situation, dass die Norm auch beschreiben sollte idealerweise, in welchen Kontexten welche Sprache angemessen ist. Das heißt, sie wissen genau, wenn sie zum Beispiel mit ihren Freunden sprechen, reden sie anders als wenn sie beim Arzt sind oder auf dem Einwohnermeldeamt oder in der Sprechstunde in der Uni. Da sprechen sie jedes Mal irgendwie anders. Und das geht bis in die grammatischen Formen, die sie verwenden. Und die Norm sollte idealerweise auch das beschreiben. Wir haben dann auch in der Norm Variation. Damit müssen wir leben. Anders geht es nicht. Trotzdem gehöre ich zu denen, die sagen, auch als Linguisten dürfen wir die Norm nicht komplett aufgeben. Denn wir haben auch etwas zu sagen zu Studierenden fürs Lehramt. Und da spielt die Norm dann eben doch eine Rolle. Also das heißt, ich kann mich da nicht komplett rausziehen. Was ich Ihnen aber anbieten kann, ist, dass ich Ihnen helfe zu lernen, wie man Normabweichungen erklärt. Wie man also sagt, warum ein bestimmter Fehler nicht ins System passt und warum man ihn deshalb vermeiden sollte oder warum er der Situation nicht angemessen ist und man ihn in bestimmten Situationen deswegen nicht machen sollte. Weil er nur in diesen Situationen wirklich ein Fehler ist. Wir müssen das System erklären und erklären, wie richtig und falsch mit diesen grammatischen Generalisierungen zusammenhängt. Auf jeden Fall ist in der Schule das, was ich schwarze Grammatikdidaktik nenne, zu vermeiden. Nämlich einfach zu sagen, ja, das ist falsch, merkt ihr das? Man sagt das anders. Dann haben sie nichts erklärt. Dann haben sie nur gesagt, ja, das ist falsch. Das ist ja auch schon mal was. Aber sie haben nichts erklärt. Man lernt eigentlich nur, wenn man was erklärt bekommt. Damit haben wir dann auch die Überleitung zur Grammatik im Lehramtsstudium. Und den Einstieg schaffen wir am besten darüber, dass wir uns anschauen, wie in der siebten Klasse bestimmte bildungssprachliche Leistungen erbracht werden. Und das war ein Experiment, was hier berichtet wird. Da ging es darum, dass Schüler aus der siebten Klasse gesagt wurde, ja, hier ist eine Textaufgabe, eine mathematische Textaufgabe, gibt die Aufgabenstellung in eigenen Worten wieder. Und das kam da raus. Also das ist erst mal die Textaufgabe. Im Salzbergwerk Bad Friedrichshall wird Steinsalz abgebaut. Das Salz lagert 40 Meter unter Meereshöhe, während Bad Friedrichshall 155 Meter über Meereshöhe liegt. Welche Strecke legt der Förderkorb zurück? Das ist eine tatsächliche Mathematik-Textaufgabe aus einem Mathematik-Tickbuch für die siebte Klasse. Schülerantwort A. Es steht also, die wollen Steinsalz abbauen. Und das ist zwar in Salzbergwerk Bad Friedrichshall oder wie das hier steht, Friedrichshall. Ja, und das liegt aber 4,40 Millimeter unter des Meeres, ja, 40 Meter unter Meereshöhe. Und aber die wollen während, aber die wollen bei Friedrichshall 155 Meter über das Meereshöhe, Meereshöhe liegt. Obwohl das da oberliegt. Und jetzt wissen sie nicht, welche Strecke sie nehmen sollen. Und jetzt wollen sie wissen, wie viel Strecken, Strecken es eigentlich ist, weil so ein Förderkorb bis zur Erdoberfläche zurück. Das ist nicht ganz leicht, so eine Aufgabenstellung in eigenen Worten wiederzugeben. Es ging nicht darum, die Aufgabe zu lösen. Das gelingt aber hier nicht. Und wir können uns gleich auch angucken, in welcher Form. Schüler B macht daraus, also da das Bergwerk 40 Meter unter der Meereshöhe liegt und Friedrichshall 155 Meter über der Meereshöhe, muss man 155 plus 40 machen, weil dieser Förderkorb muss ja von 40 Meter, 40 Meter unter der Meereshöhe nach oben das alles transportieren. Eine ganz andere Antwort. Feilke behauptet in seinem Artikel, die Antwort wäre viel besser. Das ist sie nicht. Was dieser Schüler macht, ist die Aufgabe zu lösen, hat aber die eigentliche Aufgabe nicht gelöst, nämlich das in eigenen Worten wiederzugeben. Schülerin A macht was anderes. Die erzählt nämlich eine Geschichte. Woran sieht man das? Das sieht man an den grammatischen Formen. Die wollen Steinsalz abbauen. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Es ist nirgendwo die Rede davon, dass die Steinsalz abbauen wollen. Das tun sie einfach. Da ist ein Bergwerk. Da macht man das. Und das ist zwar in, und dann kommen hier Probleme mit dem Ortsnamen. Okay, das hat jetzt damit nichts zu tun. Dann hier wieder, die wollen während, ähm, aber die wollen. Während. Warum eigentlich während? Während was passiert? Wollen die das? Das ist ein Fehler. Sie sehen hier oben, dass während, was nicht zeitlich zu interpretieren ist, sondern konzessiv, würde man wahrscheinlich sagen, das greift die Schülerin auf und versucht wahrscheinlich, im Rahmen ihrer Geschichte zu erzählen, dass zwei Dinge gleichzeitig passieren. Und dann geht es weiter. Jetzt wollen sie wissen. Und so weiter. Eigentlich hat diese Schülerin Ansätze, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist erst mal nicht die Aufgabe. Die Aufgabe hier war eine bildungssprachliche Leistung, eine Aufgabe, eine in Anführungsstrichen komplexe, ingenieurstechnische Aufgabe, in eigenen Worten wiederzugeben. Das wäre eine bildungssprachliche Leistung gewesen. Und die eine erzählt eine Geschichte, der andere löst die Aufgabe. Und damit müssen sie noch in der siebten Klasse rechnen. Es ist also nicht so, dass sie es in der siebten Klasse mit sprachlich gesehen, vor allem in Sicht auf komplexere sprachliche Aufgaben, fertigen Menschen zu tun haben. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit irgendwie von Bildungssprache geredet. Und um uns dem Begriff Bildungssprache zu nähern, müssen wir uns vergegenwärtigen, das haben wir auch schon ein bisschen gesehen, an dem Beispiel mit dem Bergwerk, dass der Deutschunterricht zu einem kompletten Umbau der Grammatik des Kindes führt. Bildungssprache kommt mit bestimmten Anforderungen, nämlich Darstellung komplexer Sachverhalte, siehe Bergwerk in Bad Friedrichshall. Und zum Beispiel nicht faktische, hypothetische Sachverhalte, das machen Kinder nicht freiwillig, bevor sie in die Schule kommen. Eine bestimmte Art von Sprache lernen. Was wäre, wenn? Das finden Sie bei drei-, vierjährigen Kindern nicht. Intentionalität, also Abstraktion, statt einfach Beispiele zu geben. Was sind Kinder? Da können Sie natürlich einfach ganz viele Kinder benennen. Oder Sie können sagen, was Kinder eigentlich ausmacht. Oder Schallplatten oder Kameras oder Mikrofone. Registerbewusstsein, das ist das, was ich eben angesprochen habe, als situationsangemessenes Sprechen. Das können Kinder zur Belustigung vieler Erwachsener ja auch nicht von vornherein. Sie wissen, dass es da dann eben oft zu Äußerungen kommt, die eigentlich in dem Kontext jetzt ein bisschen unangemessen sind. Und das findet man bei Kindern zum Glück dann noch ganz lustig. Die Eigenschaften von Sprache, die damit zusammenhängen, sind, dass Sprache dekontextualisiert wird. Wenn wir komplexe Sachverhalte und nicht faktische Sachverhalte ausdrücken, dann reden wir über Dinge, die nicht im Jetzt und Hier sind, sondern zum Beispiel in der Zukunft, ganz woanders, in einer möglichen Welt, die vielleicht in einer Woche eintritt oder eintreten hätte können, ist aber nicht. Wir sind aus dem Kontext des Hier und Jetzt raus mit der Sprache. Wir können das zumindest. Wir können da raus sein. Und Bildungssprache ist typischerweise schriftorientiert, was aber nicht heißt, dass sie nur schriftsprachlich vorkommt. Aber sie orientiert sich an der Schriftsprache und damit eben auch normorientiert. Ich habe eben gesagt, die Norm ist nicht ganz einfach. Das ist nicht ganz einfach zu sagen, was die Norm ist und wo sie herkommt. Aber Bildungssprache hat eine starke Affinität zu einer irgendwie gearteten Norm. Und das alles ist eben verknüpft mit spezifischen grammatischen Formen, die Kinder dann erst lernen oder richtig anzuwenden lernen müssen, wenn sie in die Schule kommen. Und das ist gemeint mit dem kompletten Umbau, weil bestimmte Dinge geleistet werden müssen, die vier-, fünfjährige Kinder nicht leisten müssen. Und das ist Bildungssprache. Wie erreicht man das jetzt? Also wie lernt man Bildungssprache? Da kann man natürlich sagen, lesen, lesen, lesen. Das machen manche Kinder, manche tun es aber nicht. Und das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass auch die Kinder, die nicht freiwillig sehr viel lesen und sich damit in bildungssprachliche Kontexte begeben, früher oder später, nämlich in der Literatur, die sie konsumieren, dass sie das auch irgendwie lernen. Ich würde sagen, dass Sprachbetrachtung der Schlüssel zur Beherrschung der Bildungssprache ist. Was ist das? Das ist die Ausprägung eines Bewusstseins über richtige und angemessene Formen. Und zwar richtig und angemessen im Sinne von für das, was ich ausdrücken will oder für die Situation, in der ich mich befinde. Darüber hinaus bildet sich dadurch die Fähigkeit heraus, explizite Sprachbetrachtung im Alltag durchzuführen, was wir ja tun. Also ich gebe Ihnen Beispiele. Wenn Sie sich selbst oder andere korrigieren, das ist Sprachbetrachtung. Sie haben in dem Moment über Sprache nachgedacht und korrigieren sich oder andere. Sie suchen nach dem richtigen Ausdruck. Das tun wir sehr oft, gerade in bildungssprachlichen Kontexten. Orthografie optimieren, umständlich ausgedrückt für Texte zur Korrektur lesen. Texte optimieren, umstellen, das Narrativ optimieren. Das machen wir auch. Gerade an einer Universität machen Sie das. Begriffe definieren und zwar nicht durch aufzählen, das habe ich ja eben gesagt, sondern dadurch, dass wir charakterisieren, was die wesentlichen Eigenschaften von bestimmten Gegenständen sind. Dafür brauchen wir eventuell Konstruktionen für hypothetische Sachverhalte, Vergangenheit und Zukunft und so weiter und so weiter. Und Grammatikalität beurteilen, das machen jetzt nicht alle Menschen, Lehrpersonen aber durchaus. So, das heißt, was setzt die Aufgabe angesichts dessen des Schulunterrichts in Deutsch? Er muss auf jeden Fall systematisch sein, denn Sie sehen vielleicht, wie komplex Grammatik ist und dass Sie das nicht alles einzeln vermitteln können in der Zeit, die Sie in der Schule für den Deutschunterricht haben. Sie müssen sehr systematisch vorgehen und sich auf den Kern, auf die wesentlichen, auf die typischen Dinge konzentrieren. Der Unterricht sollte aber eben auch funktional sein im Sinne dessen, dass Sie auf die Beziehung von Formen und Funktionen eingehen. Es bringt nichts, wenn Sie sagen, so, ihr lernt jetzt die vier Fälle. Was soll das? Also davon lernt man keine Bildungssprache, wenn man hinterher sagen kann, was ein Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv ist oder wie die aussehen oder dass man die erkennen kann. Das bringt ja erstmal nichts. Man muss sich darüber klar werden, was für Funktionen eventuell damit verknüpft sind. Einerseits muss man die Formen systematisieren, es geht nicht ohne und sie dann auf bestimmte Funktionen beziehen. Idealerweise tut man das induktiv. Man lernt immer am besten induktiv, das heißt keine rein deduktive Anwendung von Begriffen, die sie vorgeben, also das, was ich gerade gesagt habe. Man sagt den Kindern, was die vier Kasus sind und drillt sie dann darauf, diese wiederzuerkennen. Das ist eine deduktive Anwendung vorgegebener Begriffe. Idealerweise lässt man sie erkennen, dass es vier Kasus gibt und versucht sie dazu zu animieren, zu erkennen, was die Funktionen dieser Kasus sind. Man stößt Erkenntnisprozesse über sprachliche Formen und Funktionen an. Jetzt sind wir gleich am Ende. Was sind jetzt die Aufgaben von Lehrkräften in diesem Kontext? Lehrkräften, also auch vielen von Ihnen später, wird die Sprache der Lernenden anvertraut. Nach dem, was ich jetzt alles gesagt habe, ist das eine ziemliche Aufgabe und eine ziemliche Verantwortung, die damit übertragen wird. Man muss unterrichten in Schrift, Orthographie und Schreibung und zwar nicht nur in der Grundschule, das wissen Sie auch. Sie müssen in Bildungssprache und deswegen in Sprachbetrachtung unterweisen. Das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Sache. Sie müssen aber außerdem sprachliche Defizite erkennen und einordnen können. Nicht einfach sagen, oh, da klappt was nicht, das Kind muss zur Rechtschreibhilfe zum Beispiel. Eventuell ist es dann Ihre Aufgabe oder eben die Aufgabe von Lehrkräften zu entscheiden, was ist denn das systematische Problem dieses Kindes, dieses Schülers. Das beinhaltet, dass man Interferenz mit Dialekt oder anderen Erstsprachen, das haben wir ja nun auch vermehrt, erkennt. Viele von diesen Sätzen, die ich Ihnen eben gezeigt habe bei der Diskussion über Norm und Beschreibung, das war halt einfach dialektaler Einfluss. Wenn Sie jetzt unterrichten wollen, dass das Dialektformen sind, die man eventuell in einem bestimmten Kontext nicht benutzt, müssen Sie das erkennen und einordnen können und auch genau erklären können. Und außerdem müssen Sie sprachliche Leistungen bewerten und das ist etwas, worum ich niemanden beneide und das erfordert ist, dass Sie natürlich diese Formen selber sehr genau verstehen. Und Sie müssen gegenüber Eltern und Schülern diese Bewertung erklären. Einfach zu sagen, das ist falsch, es geht anders richtig, das kann Ihnen Diskussionen einbringen und zwar zu Recht. Aus meiner Sicht brauchen Sie vertieftes Wissen über Sprache und vor allem Grammatik. Das ist meine Perspektive. Sie brauchen auch Wissen über andere Aspekte von Sprache. Ich bin für die Grammatik zuständig. Und Sie müssen Methoden beherrschen, sprachliche Analysen über Faktenwissen hinaus durchzuführen. Das heißt, Sie müssen selber in der Lage sein, Generalisierungen zu schaffen, weil man nicht alles lernen kann. Selbst ich begegne täglich noch Konstruktionen im Deutschen, wo ich denke, ach, stimmt, das sagt man so. Was ist eigentlich das für eine genaue Struktur? Sie haben nie Faktenwissen über die gesamte Grammatik. Wenn Sie das alles zusammennehmen, dann müssen Sie ein erheblich tieferes Grammatikwissen haben, als die Schulkinder und Jugendlichen, die Sie später unterrichten wollen. Ich rede jetzt vor allem zu denen, die Lehramt machen unter Ihnen. Und das versuche ich Ihnen zumindest im Ansatz zu vermitteln. Denn, wie gesagt, das sind hier Dinge, die die Kinder später nicht tun sollen. Das müssen Sie machen. Und deswegen brauchen Sie mehr Wissen als einfach nur das, was die Kinder später können sollen. Die Frage, die öfter mal an verschiedene Teile von verschiedenen Studiengängen gestellt wird, wozu brauchen wir das denn jetzt? Die ist damit, glaube ich, nachhaltig beantwortet. Ich hoffe es zumindest. Sonst schreiben Sie es in die Kommentare, dann können wir darüber diskutieren. Linguistic ist aber keine praktische Anleitung für erfolgreiche Schulstunden. Es ist ein Baustein, den Sie dann später brauchen dafür. Aber das ist nicht meine Aufgabe, Ihnen zu sagen, wie Sie eine Schulstunde in der 8. oder 9. Klasse gestalten, sondern eine Grundausbildung im Umgang mit Sprache. Als Minimalforderung müssen examinierte Lehrkräfte natürlich die Aufgaben für Schüler selber lösen und in den Gesamtkontext einordnen können, die sie dann später selber stellen, wenn sie Lehrpersonen sind. Jetzt gibt es damit auch Probleme. Das haben Ulrike Seyerts und ich 2017 in einem Artikel gezeigt. Und das war für mich die Motivation zu sagen, ich muss mehr darauf eingehen, wie ich auch Lehramtskandidaten beibringe, was das Relevante an Grammatik ist. Deswegen gibt es unter anderem diese Vorlesung. Das ist also hier nochmal die Übersicht, was wir in dieser Vorlesung behandeln. Nächste Woche wird es gehen um Morphologie und bestimmte Grundbegriffe der Grammatik und Morphologie. Dann reden wir über Wortklassen, Wortbildung, Flexion, Valenz und Verbtypen als Valenstypen. Und ganz zum Schluss auch nochmal über Kernwortschatz und Fremdwortschatz. Darüber haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Sie finden alles, was ich Ihnen hier erzähle, ausführlich in meinem Buch Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Das ist eine Open Access Veröffentlichung. Die können Sie kostenfrei runterladen. Und damit würde ich mich für diese Woche verabschieden. Fragen, Anregungen in die Kommentare. Ich versuche eigentlich alle Kommentare immer auch zu beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank.